Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Marsch, wir setzen unsere Arbeit fort mit Umkrabbekämpfung auf Feld 15, zur Zeit fährt einer einen Überführungskurs zu verkaufen. Ja so wird ab nix. Kurz mal ein paar Tonnen rein, und dann... Okay, jetzt machen wir jetzt den Auskurs für... Ne, ist ja scheiße. Wunder wie es so wenig Geld gibt. Entschuldigung, das Wort scheiße. Ja. Das geht ja nicht in das Hotelpferd, ne? So. Okay. Das macht er jetzt alleine. Der ist sehr kaputt. Schneidwerk kaputt. Ah, ist was verkehrt. Okay. 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 Jetzt bene. Das ist Folge Nummer 7, ich wünsche euch allen schönen Oster Sonntag. Jetzt sollte normales zurückfahren und dann stehen bleiben. So, jetzt fahren wir schnell zum Feld. Müsste mal live im Kurs einfahren. So, jetzt fahren wir zum Feld. 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 Fertig machen. So. So, jetzt fahren wir zum Feld. das ist ganz blöd immer von mir So, dann machen wir es gut, dann laden wir es mal. So, dann machen wir was anderes so ganz nicht funktioniert jetzt müssen wir uns hier drum kümmern noch länger wieder spiel so das heißt jetzt für mich wir müssen vorne anfangen jetzt auch nix da müssen wir halt mal die frucht rein wenn wir jetzt warten bis er vorne angekommen ist und dauert ewigkeiten so das heißt jetzt rechts rein guter junge beginnen links rüber zum silo jetzt fahren wir die große kurve rechts bleiben, rechts drücken platz lassen, jetzt fahren wir hier vorbei, wir in der Mitte als rechts, jetzt fahren wir hier rechts rüber, kreuzen wir nicht, und scheren hinter der müsste jetzt klappen einfach reinstellen das kann man nicht speichern, das ist zu tun ich bin entlassen wir mal, speichern wir mal ab ja über ich habe dann geschrieben abfahrer abfahrer fällt eins hoch hab ich eigentlich gepeichert das kann sein, dass er nicht passt fällt eins hoch ganz einfach eingestellt so w der ist auch fertig gar nicht in Fall Zeit dann wird noch überhalten was zum Beispiel bei der Koche nicht kann sein so Das ist gut, in den Recher fahren. das macht er uns gut klappt es klappt das war das funktioniert speichert war er auch jetzt ist feld 13 fertig feld 15 das heißt wir können die nächste Aktion machen den Dünger raufbringen aber nicht mal heute machen wir in einer Woche wir fahren jetzt zurück zum Hof denn sobald der mit Stroh fertig ist mit der Weizenernte geht das los Stroh sammeln und verkaufen so eine Nadewagen könnten wir uns kaufen aber ich brauche auch noch einen Traktor steigen oder keinen Zweck so kurz Kontrolle machen Gras aktivieren Wachstum noch eins das passt wie gesagt da werden wir noch flügen wenn wir flügen können wir die Ecke mit zunehmen mal speichern so 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 Sammere Hölner-Taktoren. 60 kmh, 50, 80, das ist ein bisschen übertrieben, das brauchen wir nicht haben erstmal. Band, 396 PS, ich meine der ist schon stark, geht schon. 5,17 hat das schon was. 2,3. Standard. Da können wir bestimmt das nehmen. Dort schon Leistung. Und haben wir da als Mod, da haben wir auch einen Fan bei. Gibt es den auch irgendwie? Na, das brauchen wir nicht haben. Das ist der mit 80 kmh. Fend. 3,80. Wird ein schwächer wie der andere, normal. Normale Ausführung. Oh, das ist schon schöne Farben. Design. Forst Machine. Band Wario. Hauptfarbe. Felgenfarbe. Olivegrün. Nicht schlecht. Breitreiben. Immer gut. bloß Gewichte. Ja. Alles in Grün. Immer Felgenfarbe. Weiß. Schwarz. Postenpunkt. Kaum. Zurück. So, der ist fast voll. Und ich bin mit durch. Dann sag ich mal ganz kurz zeigen. Neue Rungenschaft. Ist ja nicht fein. Perfekt. Ich hoffe es hat gefallen. Würde mich freuen. Ein Like oder ein Abo. Ich danke schonmal. Dann noch ein schönes Obster. Dann sag ich mal tschüss. Und Bye Bye. Hallließlich. Hall